Auf geht's zum Ostershopping in die Welser Innenstadt von 28. März bis 4. April 2015. Brandneu und exklusiv das guldene Osterrubel-Los mit tausenden Sofortgewinnen und großen 2000 Euro Extra-Gewinnspiel. Außerdem spannende Ostereier-Rallys, süße Geschenke vom Osterhasen, Live-Musik, Kinderprogramm und natürlich das große Frühjahrsangebot der Welser Kaufleute und Gastronomen. Alle Infos jetzt online auf www.wels-info.at